Ich weiß nicht, ob man nicht versteht. Es ist hier super laut. Mit vollem Mund spricht man nicht, aber... Wir sind jetzt hier im totalen Oh-Boy-Himmel. Und zwar sind wir jetzt hier beim Baden. Ich sage euch nicht mal. Denk jetzt. Und das Klischee wird total mit ihm. Mit Cowboy-Hut und Cowboy-Sticheln. Und wir haben jetzt ein paar gekämmt. Mega witzig. So muss das sein. Und wir gucken uns jetzt ein paar Cowboys mit dem Wagen an. Ich glaube, da sind immer vier Pferde. Ich bin gespannt. Wie viele Hörsen? Vier. 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 Und... Genau. Das Ganze ist mit Rummel verbunden. Super viel süßes Arm. Das ist wie Mutsu, wie... Wie heißt das normalerweise? Blattestand heißt es Mutsu. Und mit Zimt und Zucker. Mega geil. Genau. Jetzt fangen die ganzen Cowboy-Tage an. Wenn nachher das drin ist, reichen natürlich noch mehr Fotos und Videos.